Wollt ihr auch Energie sparen? Dann checkt doch mal in eurem Keller, ob die Heizungs- und Wasserrohre gedämmt sind. Denn wenn nicht, könnt ihr hier aktiv werden. Der Arbeitsaufwand ist sogar überschaubar. Es gibt für alle verschiedenen Rohre die passenden Dämmschalen, die einfach angebracht und verklebt werden müssen. Für den geübten Heimwerker ist das auch kein Problem. Wollt ihr aber auf Nummer sicher gehen, dann wendet euch gerne an uns das Fachhandwerk. Wir helfen gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.